mit randir warum der halb legen ich weiß es nicht saruman glaubt dass nur große macht das böse in schach halten kann aber das ist nicht das was ich gefunden habe ich habe festgestellt es sind die kleinen dinge die alltäglichen taten gewöhnlicher leute die die dunkelheit in schach halten einfache taten der freundlichkeit und liebe warum wilbo baggins vielleicht liegt es daran dass ich angst habe und er gibt mir mo heute ist mittwoch der 24 4 2019 man möge mir diesen kleinen was ist das in eine szene aus der hobbit kein so großer film wie herr der ring aber mit einen schönen einigen schönen szenen dass saruman glaubt ich bringe das noch mal saruman glaubt dass nur eine große macht das böse in schach halten kann aber das ist nicht das was ich gefunden habe ich habe festgestellt dass es die kleinen dinge sind die alltäglichen taten gewöhnlicher leute die die dunkelheit in schach halten ja das heißt ja nicht dass wir der dunkel also der 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 macht gegen die dunkelheit entbehren können aber nun ja darum will ich heute nicht sprechen das thema über das ich sprechen möchte sind kleine unerfreuliche nervende dinge von hier und da es endet mit etwas persönlich nerven ich hoffe die gewogenen bleiben bis zum schluss da ist es eine naja ich muss es ja erzählen es hilft ja nichts auch wenn ich es lieber nicht täte ich fange aber mit dem politischen an und fange auch hier an jetzt muss ich direkt mal aufsuchen wo hatte ich es ich habe gelesen in brunei werden jetzt wieder schwule hingerichtet für schwul sein was an sich nicht so erstaunlich ist auch wenn es ärgerlich ist nein nein sondern es ging um die reaktion als der sultan von brunei dafür kritisiert wurde sagte er die westlichen länder müssen sich unseren traditionen gegenüber in toleranz üben toleranz ist also wenn man zulässt dass in muslimischen ländern menschen wegen ihrer sexualität hingerichtet werden spätestens in diesem moment hätte auch dem dümmsten klar sein müssen dass der toleranz begriff vollkommen nutzlos geworden ist er ist einfach verbrannt das ist so es gibt manche wörter die haben die nazis verwendet endlösung oder so sagen wir mal so also oder was noch ja also so ein paar begriffe die im nationalsozialismus verwendet wurden weil sie nicht kein politiker der welt wird je wieder sagen in einem handelosen zusammenhang wir brauchen die endlösung der finanzfrage oder der rentenfrage weil das ist ein verbrannter begriff und so ist für mich der begriff toleranz mittlerweile völlig völlig verbrannt wenn der sultan von brunei das hinrichten von schwulen mit dem toleranz begriff rechtfertigt dann ist dieser begriff nutzlos geworden was zu einem gewissen teil schade ist auch wenn ich eine gewisse grundtoleranz braucht eine gesellschaft sagt es gibt dinge die der nachbar macht die gehen mich nichts an und ich mische mich nicht ein so das kann man ja tolerieren nennen im besseren sinne aber dieser begriff ist politisch völlig unbrauchbar geworden weil wir ich weiß nicht von dem der begriff stammt der satz wir tolerieren uns zu tode das ist ja ganz offensichtlich so und dass ein ich weiß gar nicht wie ich den mann titulieren soll diesen diesen sultan arschloch ist zu schwach was ein 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 verbrecher der so etwas macht und als rechtfertigung tradition und toleranz als rechtfertigung für seinen mordbogen tun nimmt in den mund nimmt und das steht so dann da das ist schon clown world halt hongkong etwas anderes das ist auch eine kleinigkeit ach ich muss direkt mein buch ich hatte nämlich etwas bemerkt dass mich wirklich an der deutschen sprachmarotte gerade dieser tage extrem ärgert ihr werdet es vielleicht gehört haben fast jeder journalist und auch viele youtuber gefallen sich in der schiene plötzlich sri lanka zu sagen schritt sri lanka wo ich denke früher haben wir immer sri lanka gesagt jahrzehntelang haben wir sri lanka gesagt wir haben sogar jahrzehnte und jahrhunderte zailon gesagt aber nein jetzt reicht nicht mehr sri lanka wie es da steht wir müssen uns dahin einfühlen wie die sri lankesen es sagen und dass die sri lanka sagen das wird jetzt das ist ein mätzchen es gibt kein land der welt außer deutschland in dem die stadt und land bezeichnungen versucht werden so auszusprechen wie dort das ist das ist etwas was uns deutsche vor allen anderen der welt auszeichnet ich weiß nicht ob es in österreich so gemacht hat oder in der schweiz wenn um die zwei anderen deutschsprachigen länder zu nennen zumindest ist die schweiz ja erheblichen teils deutschsprachig das hätte mich mal interessiert aber das ist ein fluch den ich für typisch deutscher achte dass wie viel mühe wir uns geben ausländische namen von leuten wie erdogan und oder ist es erdogan wie orte namen wenn ein engländer urlaub in münchen macht dann schreibt er seinen lieben natürlich einem in munich oder wenn er mit ihnen per voice chat kommuniziert dann sagt er natürlich einem in munich er sagt nicht einem in münchen weil im englischen ist es üblich münchen munich zu nennen oder wenn er in köln ist sagt der i am in colon the weather is great da sagt er nicht i am in köln weil wie die deutschen das städtchen nennen in dem er gerade ist interessiert den engländer zu recht gar nicht so wie wir ja auch london sagen und nicht landen oder wie immer die engländer das etwas anders aussprechen oder wir sagen paris und nicht pari weil es uns zu recht wurst ist wie es woanders genannt wird darum sage ich auch erdogan dass die türken im türkisch das g verschlucken ist für mich unerheblich und ich habe einen großen zeugen auf meiner seite von dem ich schon vor kurzem las niemand geringeres als wolf schneider wieder einmal aus seinem deutsch für profis ich lasse es diesmal bei einem kurzen absatz nicht dass ihr denkt ich lese jetzt ganze kapitel vor und lustigerweise es geht tatsächlich ist die überschrift die schleichen des rilankitis also sri lanka ist offensichtlich schon länger ein fall für sprachpanscherei noch über die schleichen des rilankeritis noch in zwei anderen formen tritt die oft überzogene bewunderung für fremde sprachen auf zum einen im falschen von der übersetzung das heißt möglicherweise einer schlechten übersetzung so wird meist trotzdem wie ein wort laut behandelt und folglich nicht rigidiert es gibt aber auch einen englischen wort laut der rede des amerikanischen präsidenten einen deutschen kann es nicht geben und die übersetzung ist eine annäherung mit der gebotenen umsicht die mit der gebotenen umsicht durchaus rigidiert werden darf also etwas umgestellt zum verständnis zum zweiten zeigt sich der falsche respekt vor fremden sprachen zumal in der deutschen sitte deutsche namen für fremde länder oder städte mit großen eifer den dort üblichen amtlichen benennungen und umbenennungen anzupassen jahrhundertelang waren wir mit dem namen persien zufrieden zwischen 1970 und 1980 wurde das schöne deutsche wort für diesen teil der erde nach und nach durch das wort iran verdrängt so heißt es doch lautete die begründung was für ein argument wir heißen deutsche was schert das die engländer die uns germanen die franzosen die uns allemannen die italiener die uns tedeschi nennen kommen sie auch nur von fern auf die idee mit ihrer sprache unserer sprache nachzulaufen sind die franzosen durch den hinweis zu beeindrucken dass die meisten von deutsch von uns deutschen absolut keine allemannen sind und vielleicht nicht einmal sein wollen im angelsächsischen sprachraum sagt man zur sowjetunion überwiegend russia wie vor 70 jahren das ist der ausdruck einer gesinnung die sich etwa auf die formel bringen ließe es wäre ja noch schöner wenn lenin die macht hätte die englische sprache zu verändern früher haben wir russisches reich mit russia übersetzt heute übersetzen wir union der sozialistischen sowjet republiken mit russia so ist unsere sprache übersetzung eine kunst wir beherrschen sie eben so urteilt eine sprache mit selbstgefühl nochmal so urteilt eine sprache mit selbstgefühl wir haben keins das ist es wir hätten die freiheit sri lanka mit zailon zu übersetzen wie eh und je und die behauptung das land heiße sri lanka trifft nicht zu auf singalesisch heißt das land sri lanka und seit wann übernehmen wir singalesische wörter unübersetzt und dann sollen also deutsche touristen in ein land kommen das anders heißt als sie es nennen warum denn nicht auch die franzosen treffen nicht in allemagne ein sondern in der bundesrepublik deutschland und wir kommen nicht in mailand an sondern in milano damit kann man leben soll das bedeuten dass man auch statt niederlande und großbritannien holland und england sagen darf natürlich aber holland ist doch nur eine einzelne provinz der niederlande na und sind die allemannen mehr als ein stamm der deutschen und was sollen die schotten sagen was sie wollen welches deutsch die deutschen sprechen geht die schotten verhältnismäßig wenig an und wer eigentlich grämt sich über die bewohner von nordirland die werden unterschlagen wenn wir großbritannien schreiben die nation heißt nicht großbritannien sondern vereinigtes königreich von großbritannien und nordirland woraus hervorgeht dass großbritannien eine insel ist und kein politischer begriff die auf nation angewandt also ein ärgerlicher zwitter zwischen dem deutschen sprachgebrauch england die englische königin und dem united kingdom wie das staatsgebilde amtlich heißt deutschtümelei nein ein appell die deutsche sprache nicht mit singalesischen silben anzudicken die erst nach jahrzehnten umgewöhnung von ebenso vielen menschen verstanden werden wie der name den sie verdrängen drei sri-lankiern schmeicheln um drei millionen deutsche leser irritieren die rechnung geht nicht auf also das sind tat genug geworfen dass ich auch dieses ich habe das auch für ein mätzchen übergehalten seit ich das jetzt in den letzten wochen gehört habe dass ich alle überbieten plötzlich anzugeben welches insider wissen sie haben auf welchem bürgerlichen niveau sie sind weil sie sri-lanka so aussprechen wie die leute ist dort aussprechen also sorry ich finde das ein arrogantes mätzchen ein sprachgeklingel dass ich einfach nicht mitmache also das ist man glaubt jetzt so einen kotau machen zu müssen wegen der opfer das ist doch quatsch die opfer werden noch nicht besser oder schlimmer weil man sri-lanka so ausspricht wie die wie die sri-lankiesen selbst nein 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 also das ist etwas mich ärgert das mag eine kleinigkeit sein aber mich ärgert es immer wenn wenn uns etwas untergeschoben wird und ein kleiner nachtrag von wegen worte worte entstehen ja oft nicht auf zufall ach moment jetzt brauche ich meinen kaffee ein kleiner nachtrag noch zu der sri-lanka opfer geschichte ich hatte ja darauf hingewiesen und es hatte mich sehr geärgert dass deutsche wie amerikanische und englische politiker alles taten jeder art sprach akrobatik um das wort christen als opfer und muslime als täter zu verwenden bei den täter hieß es immer nur irgendwelche gewalttäter so im weitesten sinne manchmal wurde auch überhaupt kein subjekt genannt also in manchen tweets deutscher und englischsprachiger politiker hieß es nur dass die betenden opfer von gewalt geworden wären so also es gibt gar kein subjekt das da handelt nämlich dass muslime handelten sondern es ist es wird nur ein es gibt praktisch nur ein verb gut gewalt ist und auch ein substantiv aber sie erleiden quasi als ob als ob ein zug entgleist oder ein vulkan ausbricht oder ein meteor auf die kirche heruntergeknallt wäre das das handelnde subjekt des täters ist völlig aus den bekundungen der politiker verschwunden es gibt also gar keine muslime und keine täter die irgendetwas die irgendeine art eigenschaft haben sie sind komplett herausgefiltert und ich hatte das schon gesagt den opfern wird ihre eigene identität auch noch geraubt und auch noch mit mit hohen dass nicht alle christen christen nennen gut man sollte ja normalerweise die dinge so nennen wie sie selbst gern genannt werden möchten also wenn es sich insbesondere wenn es sich um gruppierungen gemeinschaften handelt noch dazu mal um welche die man seit jahrhunderten oder seit jetzt mittlerweile rund zwei jahrtausenden so nennt dann ist das glaube ich schon ein markenzeichen ein name den diese leute verdient haben zu behalten und sie nicht zu oster anbetern im englischen easter worshipers macht auch bei den deutschen politikern hat man dann eigentlich nur von 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 betenden die opfer von gewalt wurden um nur ja weder christen noch muslime zu erwähnen das ist aber was ich dazu sagen wollte was mir noch hinterher durch den kopf gegangen ist es scheint doch mal also ich bin ja einer ihr wisst dass der diesen geschichten von da sitzen die strippenzieher und verschwören sich immer mit einem gewissen unwillen dabei steht weil es ja letztlich doch nur ein indirekter hinweis ist kein beweis aber das hatte schon sehr viel von einem beweis ich muss das leider sagen das hatte schon sehr viel von einem beweis denn wenn gleichzeitig alle westlichen politiker die gleichen formulierungen dem deutschen heißt es überall betende im englischen alle politiker bedienten sich plötzlich natürlich nicht die leute um trump herum aber der großteil der des establishments der politiker des englischsprachigen dass ich halt verstehe sagte verwendet die diesen begriff easter worshipers also das ist ein begriff für christen auf dem man von selbst nicht kommt und die wahrscheinlichkeit dass innerhalb von stunden alle diese politiker zufällig gleichzeitig auf diesen begriff kommen oder ihnen gar alle voneinander abschreiben ist einfach extrem unwahrscheinlich so dass dieser vorgang wirklich meines erachtens manchmal sieht man ja an etwas unerwarteten die zusammenhänge ich glaube man kann hier schon deutlich sagen es gibt eine kabale im hintergrund die fäden zieht wie mächtig diese kabale ist ist dann noch mal eine andere frage und sei dahingestellt aber dass sie da ist eine ich sag's mal bewusst provokant eine verschwörer gruppe im hintergrund existiert was die macht was die will darüber kann ich auch nur spekulieren aber dass sie da ist ist jetzt bewiesen für mich meine für mich ist das genug an hinweisen zu sagen okay es ist ganz klar es gibt dort eine kabale die zieht irgendwelche strippen anders ist nicht zu erklären dass stromlinienförmig die politiker aller westlichen nationen solch eine sprach frisierung annehmen das ist durch keinen zufall der welt mehr erklärbar und selbst wenn man sagen würde sie würden es vermeiden christlich zu sagen jeder für sich dann wäre trotzdem immer noch das ergebnis dass jeder auf eine andere vermeidungsstrategie kommt wenn aber alle die gleiche vermeidungsstrategie wie vorgegeben raus posaunen anbeten anbetende betende worshipers dann ist das ein stichwort das von irgendeiner zentralen gruppierung ausgegeben ist und wenn ein ex-präsident eine ehemalige was war die vizepräsidentin verteidigungsministerin was war denn die kinden hillary auch war auch hohes tier und ist nach wie vor eifersreich in der politik die ganzen hohen tiere der demokraten die ganzen führenden politiker der bundesrepublik diese sprachregelung gleichzeitig übernehmen muss man davon ausgehen es gibt eine mächtige organisation hinter diesen leuten was die macht was die will wie mächtig die wirklich ist ist wie gesagt dann immer noch die frage der spekulation aber das ist für mich damit das ist für mich der 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 tropfen der das fast zum überlaufen gebracht hat zu sagen nee da sitzt eine organisation über allen kanzlern über allen präsidenten und hat zumindest einen gewisse form von einfluss das steht ich weiß nicht ob das absicht war vielleicht haben sie gedacht sie verraten sich nicht wenn sie so eine kleinigkeit nur koordinieren aber ein so koordiniertes sprachverhalten ist nicht mehr durch zufall oder das dass die samt und sonders alle bei barack obama angerufen haben und gesagt haben wie hast wie 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 sagst du denn das und dass wir nee denn die sind ja alle beschäftigt sie sind trainiert darin in solchen fragen irgendwo nachzufragen das ist die logische schlussfolgerung passiert etwas in dieser art wenden sie sich an eine also es gibt es ist so dramatisch wie es wie man es gar nicht eigentlich übertreiben es gibt offensichtlich eine eine gruppierung eine institution die über dem präsident der vereinigten staaten denn obama ist ja ein als ehemaliger immer noch als wird als herr präsident angesprochen die über dem präsident der vereinigten staate stehen über der kanzlerin der bundesrepublik und natürlich den untergeordneten politikern sowieso die sich an diese institution wenden wenn so etwas passiert und sagt wie formulieren wir das zumindest das ist es ist sicher für mich jedenfalls wo das ist eine extrem erschreckende vorstellung ich habe das so lange von mir gewiesen aber das ist für mich wirklich der punkt wo ich sagen muss nie da es gibt da irgendwelche leute ich will jetzt mich immer noch nicht festlegen zu sagen weil sie nicht die sind es die machen es weil man kommt schnell wenn man ein das grundproblem ist immer wenn man eine verschwörung sieht macht man schnell fantasien darüber wer die sind was die wollen und spinnt dann etwas aus was so noch nicht hundertprozentig sichtbar ist aber dieses ereignis ist für mich ein bruchpunkt erster kajüte also ich wirklich sagen muss nee okay ich gebe es zu es gibt da irgendetwas etwas das mächtiger ist als kanzler und präsidenten jedenfalls unter gegebenen umständen und das ist eine mal für viele wird das sagen ja gut das sagen wir seit ja ich sehe schon die posts klar gut ich tue mich halt langsam mit solchen dingen so ich jeder nicht so ad hoc übers knie brechend an solche fragen haben aber das ist es fazit dazu ein anderer artikel den ich vorhin gelesen habe stand auf der welt und zeigt uns den absoluten irrsinn den irrsinn clown world hong kong ich sage es wieder der in der politik herrscht nämlich dass strom billiger billiger wird weil viel produziert wird durch viel sonne und wind und für den verbraucher wird es teurer trotzdem wird hier erklärt da die oster sonne stürzt den strommarkt ins preischaos strom ist in deutschland so teuer wie nie dank schönem osterwetter und feste ich habe letztens erst wieder bekommen stromerhöhung rechnung dank schönem osterwetter und feste einspeisungsvergütung kassieren die besitzer von solaranlagen rekordannahmen doch an der strombörse sorgt das für negativ preise dafür zahlt ausgerechnet der verbraucher das ist ein aber das ich gehe mal noch ein stück durch wird das schön erklärt wenn die sonne so richtig schön scheint sowie am osterwochenende zeigt heinz richter name geändert seinem familien besuch gerne die neue app auf seinem tablet computer das programm hat eine hübsch animierte grafik auf der linken seite ist die fotovoltaik anlage dargestellt die der 63 jährige auf dem dach sein des luxuriösen einfamilienhauses im ems land installieren ließ merke wer viel hat bekommt auch noch dazu auf der rechten seite steht ein strommast zwischen den beiden bildchen auf dem tablet bildschirm bewegt sich laufend eine bunte reihe von punkten von seinem haus in richtung strommast darunter steht die menge von strom an kilowatt die kw die gerade ins stromnetz eingespeist und wie viel co2 dabei rechnerisch eingespart wird ein hübsches grafisches ballett aus fleißigen kleinen strompünktchen einer immer größer werdenden zahl für das gute gewissen noch besser aber auf der nächsten seite zeigt das programm wie hohe bruch bis zum monatsende die einspeise vergütung für den sonnenstrom ausfallen dürfte die richter vom energieversorger erhält denn unabhängig davon ob der strom aktuell benötigt wird oder nicht bekommt er 12 cent euro 40 cent pro kilowattstunde seine anlage wurde 2014 in betrieb genommen seitdem heinz richter seine neue app hat findet er es besonders gut wenn die sonne scheint bleibt es auch in den nächsten tagen schön wird der mediziner im ruhestand bis zu 1000 euro netto erhalten monatlich natürlich nicht die ganze zeit seines lebens also zusätzliche 1000 euro dazu wobei ein mediziner im ruhestand vermutlich der letzte ist ja noch mal 1000 extra auf die kralle bleibt kriegt aber der kapitalismus funktioniert ja perfekt wenn er nicht geregelt wird zynistisches gelächter im hintergrund ein in eine in der provinz festangestellte vollzeit friseurin verdient nicht viel mehr richter ist vielleicht deshalb auch nicht ganz wohl bei der sache und möchte seinen richtigen namen nicht im internet lesen wohl auch nicht weil andere die zeche dafür zahlen müssen dass der emsländer eine solarrendite unabhängig davon einstreichen kann ob sein strom überhaupt gebraucht wird oder nicht sichtbar wurde das am ostermontag da kam es zum chaos am hiesigen energiemarkt und die strompreise stürzten ins negative weil den ganzen tag die sonne schien und sich auch noch die windräder kräftig drehten gleichzeitig aber feiertags bedingt weniger energie nachgefragt wurde bekamen käufer an der energiebörse eex den strom nicht nur gratis sondern auch noch geld geschenkt das ist wahnsinn die strompreise fielen um die mittagszeit auf minus 83 euro pro megawattstunde durchschnittlich bekamen die stromkäufe am ostermontag 14 euro pro abgenommener megawattstunde obendrauf es war der heftigste minustag bei den strompreisen seit dem ersten januar 2018 am damaligen neujahrstag hatte ein kräftiger sturm für einen durchschnittlichen negativpreis von 25 euro pro megawattstunde abgesorgt es ist nicht das erste mal dieses jahres dass die preise am strommarkt kopfstarten bababa mal überspringen verbraucher haben nichts von den negativen strompreisen sie müssen sogar noch darauf zahlen jeder produzent grünen stroms darf seine kilowattstunden nicht nur unabhängig von der nachfrage ins netz einspeisen die netzbetreiber sind zudem verpflichtet die elektrizität zu einem festen vergütungssatz abzurechnen die differenz zwischen diesen festen abnahmepreis und dem echten preis muss der verbraucher in form einer umlage bezahlen also das ist ein komplizierter sache gottwohl sprich die strompreise sind astronomisch die leute die eigentlich keine mühe mehr haben und nur eine voltaikanlage aufs dach gepappt haben gut das ist eine einmalige zahlung keine frage aber das ist ja ansonsten keine arbeit vielleicht muss man die einmal im monat fügen oder sowas weiß ich es wird also mit marx gesprochen mit nichts tun geld gemacht und das nicht so knapp und obwohl also das angebot groß ist und das ist dann halt weil die 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 nachfrage ist nicht so gering dann ist kann man sagen per se werden die sachen teurer aber es ist ja dann billiger geworden also das ist ja ins minus gefallen sogar das ist ein einziger hexenkessel dieses ganze spekulative dieser spekulations kapitalismus ich war durchaus oder bin durchaus für der art kapitalismus ware für geld ich zimmere einen stuhl und verkaufe den dir so ich schreibe ein gedicht und wenn du sagst das ist dass ich einen auftrag gegeben habe gibst mir bar geld auf die kralle so oder ich mache videos die andere leute wertvoll sagen dann kriege ich dafür eine spende das ist arbeit für geld so de facto wenn auch nicht so ganz geregelt im künstlerisch kreativen bereich bitte oder ich schlachte ein schwein wenn ich jetzt metzger bin da kriegst du eine haxe und dann zahlst du dem der metzger ist ein geld so was was auch immer das ist kapitalismus der ist okay wunderbar ich bin kein kommunist aber dieses verquere spekulationswiesen das hat der teufel selbst in die welt gesetzt und nichts ist so schlimm wie dieses verdammte energie dieser ganz verdammte energiewirtschaft die hat von jeher der teufel gesehen aber diese sache mit der energiewende hat es alles ums vielfache schlimmer gemacht das ist ein verdammtes drecksei das ist der die 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 blanke volksverhöhnung die über uns herein gebrochen ist na gut zuletzt jetzt lass mal schauen wie viel habe ich denn naja ist heute kein so ganzes video ich bin heute wirklich ganz schlecht drauf ist flatterte bei mir ein brief der gewo back nah ein ich hatte gerade ein klein bisschen angespart und dachte ich habe seit monaten sagenhafte rückenschmerzen weil bei mir die psyche leider immer auf den körper durchschlägt und habe ich gedacht gut ich spare jetzt ein bisschen an und gönne mir weil verschrieben wird das ja nicht mehr gönne mir 34 bezahlmassagen ja so war der plan nun schreibt mir die gewo back umlagekosten muss ich bezahlen 109 euro 50 cent also 110 euro ich sage ja ist im harz 4 eigentlich nicht drin vorgesehen ich werde nun sehen was ich machen lässt aber der allgemeinen nach erfahrung nach ist ist das von dem ist das von harzland normalerweise selber zu tragen das ist hängt das bleibt das an mir hängen wovon die wahrscheinlichkeit auszugehen ist ist das ganze ersparte wieder weg denn ich habe ja auch andere ausgaben hier noch gehabt also ich musste ja einiges noch anschaffen badezimmer artikel weil ich hatte zwar gehofft meine schwester würde das hätte die wohnung im bad fertig eingerichtet ich habe auch dieser sache mit dem schreibtisch ich muss das leider noch mal erwähnen also wenn es hier in berlin einen gibt ich habe ein angebot ich weiß nicht ob das zustande kommt deswegen rufe ich auch noch mal auf ich weiß es tut mir leid ich kann es aber nicht anders weil das grundproblem ist ich kann meine familien nicht mehr bitten so also weil die familie meiner schwester da ist ich möchte gar nicht sagen warum weil das ist es ist es ist nicht schön und über familienmitglieder sollte man nicht unschöne dinge sagen und meine mutter führt sich sowieso mit allen auf dann schon als ob sie der blockwart meines lebens ist auch sie habe ich jeden unwillen sie ist ja schon alt und krank zumal es ein aberwitz ist der 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 schreibtisch hat hat 100 euro gekostet und 25 euro hat die lieferung gekostet ja wenn ich wenn ich ein handwerker bezahle der das alles rüber trägt und aufbaut dann habe ich dann zahle ich noch mal so viel dann kann ich den schreibtisch dort in meiner alten wohnung verrotten lassen und bestellen mir für das gleiche gelten zweiten das ist ein aberwitz ich habe auch mein schwager hat auch keine lust mehr mir 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 löcher zu bohren um um küchen um badezimmer material aufzuhängen ich stehe also hier in jeder hinsicht auf dem schlauch mit nichts ich habe das auch genauso befürchtet kaum dass ich hier man hat mich ja zwei jahre lang hat meine familie mir zugeredet sie da ein wir helfen dir dann weiter wenn du hilfst wenn du wann das ist mit engels zungen haben sehen auf mich eingeredet und ich habe in meine tagebücher geschrieben die werden an dem tag an dem ich da drein bin sagen gott sei dank ist er weg und auf allen werde ich sitzen bleiben und genau so ist es gekommen das ist was mich an kurz hier wenn ich geld hätte würde ich sagen ich bezahlenden handwerker das macht ich habe aber keins ich lebe als harz fehler von der hand in den mund ich kotze mich hier aus es tut mir leid weil ich meinen eltern meiner mutter will ich nicht erzählen meiner schwester und auch nicht also bleibt bleibt sozusagen nur noch ihr der der es mit zuhören könnt nun kommt zur krönung nachdem die scheiße ich habe dann gesagt nachdem dann alles an scheiße hier ist mein schreibtisch der hier nicht rüber kommt die badezimmer sachen von denen gott der herr allein weiß wer die wann wie anbohren soll bekam zur krönung nun heute der gewo back ja zahlen sie uns bitte erst mal erhöht sich ihre miete um 16 euro ja in diesem winzig kleinen loch mal wieder eine mieterhöhung gut die wird das amt übernehmen nehme ich stark an wobei ich mit allem moment überfordert bin aber wie ich diese 110 euro ja da ist dann alles andere weg an polstern ich habe das schon medizin ausgaben wieder von fast 30 euro ja es ist leider so ich bin eben sehr krank ich kann nichts dafür und ich hasse davon erzählen zu müssen meine mutter sagt immer ja melde dich bei mir du kriegst was so dann sitze ich sechs wochen da und kriege nichts weil sie vergisst oder dann sagt sagt sie dann ja das ja das habe ich jetzt nicht ich habe ja schon so viel da sage ich warum hast du mir es dann zugesagt so mein guter das ist egal ich weiß ohnehin nicht von wem von was ich leben soll wenn ich nicht mehr youtube einnahmen habe eines tages mit mit meiner krankheit also ich brauche meine tabletten für meine nerven muss ich zur hälfte zu zahlen und zwar nicht zu knapp und dann habe ich wieder arsch trockene augen und verdammt angeriffenen magen und augen wie sagt man tropfen und gegen in dir gegen die entzündeten augen und zeug zu den magen wird mir auch nur bedingt verschrieben ich sitze auf allem fest es ist ein graus das ist so ein tag und als zur krönung kam mir dann wie gesagt diese 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 rechnung der gewo back ich habe gedacht man schaltet doch einfach nicht ab wenn ich jetzt ein roboter wäre würde ich sagen drückt den knopf auf meinem rücken schaltet mich wieder ein in 100 jahren das ist echt es gibt diesen satz wo der day will drauf scheißt das scheißt er mehrmals immer drauf das ist my life gerade im moment sorry für die weinerei aber ich habe auch gar nicht anders mehr wie ich weiß nicht mehr anders wie ich das alles bewältigen soll gut genug von mir ich hoffe die nachrichten waren für euch nicht ganz relevant oder interessant also die vor meiner heulerei über mich selber was haben wir denn mit mittwoch ist mitte der woche irgendeiner meiner twitter bekannten schrieb ja mittwoch feierabend endlich wochenende ich dachte was machst du denn für einen beruf das ist dieser ich will jetzt ja keine namen sagen insofern ist es ja noch nicht wochenende aber helfe der woche ist immerhin rum ich hoffe die zeit ist gut zu euch seid gut zu denen die euch nahe stehen die zeit ist manchmal schneller vorbei als man glaubt und ich hoffe wie immer ihr bleibt mir gewogen